Moin, moin ihr Gyros schleppenden Müsli-Sammler! Tag, alles klar? Moin! Jo, ein ganz kleiner Ansage, ich versuche mich diesmal wirklich kurz zu halten. Folgender Sachverhalt besteht nun. Ich werde ab morgen, also Montag, dem 1. Oktober 2012, werde ich drei Wochen lang im Urlaub sein und drei Wochen lang dementsprechend nicht zu Hause sein. Das heißt für euch, ich werde drei Wochen lang kein einziges Video mehr auf YouTube hochladen. Das heißt, der Kanal wird jetzt ab morgen für ganze drei Wochen lang komplett inaktiv sein. Es wird kein einziges neues Video geben. Bitte nicht wundern! Genau, das ist das Erste. Und ja gut, man muss dazu sagen, ich habe in letzter Zeit auch relativ wenig hochgeladen. Ich habe versucht immer was hochzuladen, habe ich auch gemacht. Aber recht unregelmäßig, weil ich hatte ein bisschen Zeitproblem in letzter Zeit. War halt so. Aber jetzt kommt da wirklich gar nichts mehr in den drei Wochen, überhaupt nichts, ja? Ich werde dann, ähm, wievielter ist das? Das war, glaube ich, ja genau, am 20. Oktober werde ich wieder hier sein. Und dann geht es wahrscheinlich so zwei, drei Tage später hier weiter und dann kommen wieder Videos. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal drei Wochen lang Kanalpause. Drei Wochen lang absolut keine Videos. Ich weiß nicht, wie es mit Internet sein wird, ob ich, wenn ich weg bin, überhaupt irgendwie Internet haben werde. Das kann ich nicht sagen. Also Videos werde ich auf keinen Fall hochladen. Aber kann sein, dass ich ein bisschen irgendwie Zug aufs Internet habe, dass ich zumindest mal Kommentare lesen kann oder so. Das weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall keine Videos hochladen und wahrscheinlich auch auf keine Kommentare antworten. Erst nach den drei Wochen wieder. Ihr könnt natürlich trotzdem irgendwelche alten Videos von mir euch anschauen und da Kommentare drunter schreiben. Ich werde die auch alle lesen und beantworten, aber halt erst, wenn ich wieder hier bin. Aber ich freue mich natürlich trotzdem darüber, wenn irgendwas noch kommt. Wenn ich wieder nach Hause komme und sehe, da gibt es ein paar Kommentare, die ich beantworten kann. Das ist natürlich cool. Aber die werde ich dann erst in drei Wochen beantworten und nicht sofort, nachdem ihr die geschrieben habt. Das ist halt einfach dann so, weil ich jetzt drei Wochen in Urlaub bin. Ja, eine Woche in Wien und zwei Wochen auf Mallorca werde ich sein. Und das war auch alles, was ich jetzt sagen wollte. Der Kanal ist drei Wochen inaktiv. Ihr wisst Bescheid. Nicht wohnen, drei Wochen keine Videos. Und ja gut, ein bisschen doof ist es. Ich wollte eigentlich heute noch ein letztes Video hochladen. Allerdings hat Sony Vegas da ein bisschen Müll draus gemacht. Und das Video, was ich heute eigentlich hochladen wollte, ist kompletter Pyx... äh, ja, Pyxel. Moin, was ist los? Pixelmüll geworden. Ja, ich habe heute sehr große Sprachschwierigkeiten. Nein, mein Video ist Pixelmüll geworden, was ich heute eigentlich hochladen wollte. Und ich kann es euch heute nicht hochladen. Also wird es auch erst nach dem Urlaub kommen. Ich kann es ja dann nicht eben schnell neu rennen und eben neu hochladen, weil es ist wieder angespielt gewesen, was diesmal über eine Stunde ging. Und das dauert lange zum rennen und sehr lange zum hochladen. Schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Wird dann also auch erst nach dem Urlaub kommen. Eigentlich wollte ich euch heute noch ein letztes Video geben. Naja, egal. Also, drei Wochen Kanalpause. Ich komme in drei Wochen wieder. Und wir sehen uns dann wieder in drei Wochen. Tschüss. Moin. Und lasst den Senf mal auch nicht krachen, ne? Jo. Ja, das waren jetzt sogar nur drei Minuten. Das ist zwar schon wieder länger. Ich hätte jetzt, was ich gerade... Was ich euch gesagt habe, hätte ich auch alles in einer Minute sagen können. Aber ich habe drei Minuten gebraucht. Das ist schon mal besser als meine sonstigen Infovideos. Die gehen ja immer so zehn Minuten. Gut, das reicht. Tschüss. Moin. Bis dann. Bis dann.